Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Falska. Ich war in Skyrim in der kurzen Pause, die ich gemacht habe und habe mich neu ausgerüstet. Wie ihr seht, trage ich jetzt auch den passenden Helm zur Rüstung. Den habe ich jetzt auch so aufgerüstet, dass er dafür sorgt, dass meine Zerstörungszauber nichts kosten. Und ich möchte ganz gerne ein paar neue Zauber ausprobieren. Verbrennen. Wobei ich ganz gerne eher den Kettenblitz mal ausprobieren würde, als wie den Donnerkeil. Der Donnerkeil macht zwar mehr Scha... Ah, weißt du was, ich... Ne, ich probiere jetzt mal den Donnerkeil. Schauen wir mal, je nachdem, wie oft wir wirklich den Kettenblitz einsetzen können. Der Donnerkeil kommt auf jeden Fall jetzt mal auf die Dry. Den stärkeren Zauber habe ich jetzt leider nicht gefunden. So. Damit wir mal ein bisschen was anderes zu bieten haben. Wow. Ups. Entschuldigung. Schwupp, so. Noch das Gold geklaut, nochmal kurz fünft und dann jetzt aber zur Krisensitzung. Lydia, bewach mich. Nein, wie kannst du sowas nur sagen? Oh, son of a bitch! Our ancestors built that town 600 years ago. He has destroyed a part of our history. Oh, it's just like you to kind of have had stupid buildings. What about those living in the city? Stupid buildings? Certainly many innocent people died today. They are who? Please. We must not do this. Ingvar has killed many of our innocent kinsmen. As well as destroying our heritage. Why would he do such a thing? Based on what our friend here found out. He is going for the heart of the gods. Divine save us. He attacked the city to get the key of shelter. And he may now be going for the other keys as well. We have to get the keys before he does. If Ingvar gets the heart of the gods, he will be immortal. We must stop him. I thought the heart was just a myth. A legend. So did I. But if he attacked Borval just to get the key, it must be real. The keys have purpose after all. Where can we get the other ones then? Some are more obvious than others. Yalma, come here. What is it, Agnar? Your necklace. Please. You don't mean... Yes, my dear. Thank you. It was passed down to each generation of Borvaldur women. So that it would remain safe. So then, we have one key. Great. But what about the others? Well, Ingvar got the key of shelter from Borvald. The key of wealth was held in Stalgard. So count that one out. We have the key of leadership. So then all we need are the keys of wisdom and strength. Exactly. The question is, where are they? Hmm. I think I may know where they are. The key of wisdom would be held by the court wizards. It should be in our old monastery, Karun. The key of strength was held by the Jorgenars. It was most likely locked in the crypts of Jorgenar Manor when they left. Ha! Then what are we waiting for? Let's get those keys. Very well. We'll split up to save time. Thorlo, you come with me to Kålruon Monastery. Okay. And you too, go to Jorgenar Manor. Ha! Yes, my Jarl. We'll meet back here when we have the keys. Let's go, Svegard. Naja. Das klingt ja schon mal immer nach nem Plan. You must make a choice. Help Ulgar and Svegard get the key of strength from Jorgenar Manor. Or help me and brother Thorlo get the key of wisdom from Kålruon Monastery. Why can't I help both of you? Because we don't have the time. If Ingvar gets all of the keys and knows where the heart is, he will be unstoppable. We have to try to get as many keys as we can before he... Na, also Schnitzeljagd machen. Good. Now go. We must beat Ingvar to those keys. I still can't believe what happened to Borval. Okay, mit einem von denen müssen wir uns treffen. Das ist wieder eine sehr interessante Questreihe, wie ich ganz ehrlich sagen muss. So, jetzt gehen wir erstmal nach draußen. Okay, jetzt schauen wir erstmal, wo wir hin müssen. Kalrun Monastery, da waren wir ja schon. Wo müssten wir denn noch hin? Nach da unten. The Mammoth Keep. Naja, da können wir danach immer noch hin. Ich würde mal sagen Kalrun Monastery, weil da wollte ich sowieso rein. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wer von denen wollte da nochmal hin. So, die sind erst auf dem Weg hierher. War ich wieder schneller? So, you must make a choice. Ah, okay. Gut. Agner and Brother Torlo. Wie der das nochmal ausspricht, finde ich so geil. The Key of Wisdom. Kalrun Monastery. Alles klar, das wollte ich eh machen. Denen beiden helfen. Weil falls wir überfallen werden oder so, dass der... dass der Jarl dann nicht krepiert. Dass ich halt da die Hand drüber habe. Unlimited Power. Oh yeah. Das wird lustig. So. Ich habe mir mal noch zusätzlich einen Bogen mitgenommen. Einfach als... Ja. Einfach als eine Waffe. Als eine herkömmliche, konventionelle Waffe. Sollte die Magie versagen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich hoffe, dass sie das nicht tun wird. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Ich würde mal sagen, jetzt warten wir einfach mal zwei Stunden, und dann werden die schon da sein. Ja. Ja, let's go. So, dann wollen wir mal. Kalrun Monastery wartet nur darauf, von uns erkundet zu werden. Oh. Jetzt haben wir uns nichts übrig gelassen. Die Weinflasche ist bereits leer. Dann wollen wir mal rein. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Naja, Necrom... Necromancers... Necromancers klingt schon mal nicht so cool. Ich fürchte wieder, dass beide Wege zum Ziel führen. Und schon wieder ein Nordkrab. Viel Abwechslung wird uns ja leider nicht geboten hier. So, bis jetzt werden wir noch nicht angegriffen. Das heißt, wir können mal unsere Hände noch in der Hosentasche lassen. Ich fürchte nur, dass ich... Oh, sehr schön. Das nehmen wir mal mit. Ich fürchte nur, dass sich das sehr bald ändern könnte. Die Urnen sind zumindest schon alle leer. Papierrollen, okay. Pergamente. Was ist hier? Ah, okay. Auch ohne meine Magerlicht ist es hier drin eigentlich relativ hell. Noch. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. So. Na, wollen wir mal. Er hat es mit seinen Psi-Fertigkeiten... geschafft, diese Tür zu öffnen. Aber gut, dass wir hier gegen Nekromanten kämpfen. Da macht unser neuer Zauber, den wir hier haben, ganz schön Sinn. Hä? Wir haben Besucher. Bögen sie. Bögen sie jetzt. Bögen sie nicht. Ihr werdet nicht sein Kiel. Der Kiel ist sein Kiel. Aber wir wollen Ingvar. Nicht genau. Erinnern Sie, Vernon? Vorher, als wir uns in den Monaster ein paar Jahre zurückgezogen haben, wie der redet. Das ist echt so cool. Also der Typ, wo er seine Kumpels und so engagiert hat, um das alles zu machen. Meinen größten Respekt. Vor allem, das sind ja nicht mal... Englisch ist ja gar nicht denen ihre Muttersprache, soweit ich das weiß. Ah. Mögest du geläutert werden? Äh, geläutert. So rum. Oh, ein großer Seelenstein. Wo ist der Typ jetzt gelandet? Oh. Lauter verbrannte Leichen, nicht schön. Aber das, was sie bei sich tragen, nehmen wir trotzdem mit. Den habe ich bereits. Ah, hier ist er hingeflogen. Zauberbuch Hellsehen, ich glaube, das kann ich auch schon. Egal, Zauberbücher kann man für relativ gutes Geld eigentlich verkaufen. Crazy Bastard. Heh, Crazy Bastard. Okay, let's see what this baby can do. A Necromancer Adept. Oh, an Ark Necromancer. Okay. Okay. Ah. Halt, der Schwede! Oh, der Stab des Kettenblitzes! Ich muss mal schnell schauen. Einfach mal rein, nur... Er macht 90 Punkte Schaden. Ich muss mal noch einen stärkeren Blitzzauber finden. Die Frage ist nur, wo finde ich den? Wo hat es den anderen jetzt hingefetzt? Er ist weg! Oh! Menschenfleisch! Yum, yum, yum! So. Das Zeug nehmen wir einfach mal mit. Hier liegt noch ein Seelenstein. Okay. Weiter geht der wilde Spaß. Hoffentlich sterben die anderen beiden dann nicht. Also diese Necromancers haben aber auch voll die coole Voice, ey. Ein Arc Necromancer auch noch. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du zu Sith gehst, mein Freund, weil ich bin der Zuhörer und werde das verhindern. Oh, das ist uncool. Oh, Necromancer Leader. Okay, nur Arc Necromancer hier und der Leader, der war ja mal richtig scheiße. Okay. Oh, Necromancer. Oh, Necromancer. Oh, Necromancer. Oh, Necromancer. Oh, Necromancer. Lydia, wo bist du? Warft. Ach, da bist du Lydia. Gott sei Dank. Ich glaube, der Eisstürmer. Aha. Wie jetzt alles vereist ist. Ich muss echt noch stärkere Zauber bekommen. Das gibt es doch einfach nicht. Es gibt auch so einen Blitzzauber, der ziemlich fett viel Schaden macht. Ich muss mal schauen, ich war jetzt an der Akademie von Winterfeste. Da hatten sie es nicht. Keine Ahnung, wo ich das sonst noch her beschaffen sollte. So, gibt es hier sonst noch irgendwas interessantes oder müssen wir uns jetzt den Key holen? Ich würde mal sagen, wir müssen uns den Key holen vom Dieter Bohlen. Oh mein Gott, wie war der ja schlecht. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, liebe Freunde. Und zwar wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim Falska. Hoffentlich haben die anderen das überlebt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Max. Ciao, macht's gut.